Hallo, willkommen zu Euronazisco mit Hilde. Hi. Ich bin Boris. Super. Wir spielen heute Matchmaking. Hast du das schon mal gespielt? Ja. Und was macht man da? Umbringen von Typen und so. Und bitte? Umbringen von Typen. Sehr gut, du hast verstanden. Wenn's angenehm ist, weiß ich, nebenbei noch ein paar Chips. Ja, auf jeden Fall. Weil bei Gast hat man wieder gut rum. Ja, okay, dann ess ich. Da gibt's Gummibärchen. In Mars. Habst du das Spiel überhaupt? Ja. Oh, das schmeckt so geil, ey. Oh, perfekt. Lieblings-Map. Oh, shit, wir sind erst da drinne. Die Hilde hindert hier. Komm mit. Wir klatschen die fort. Oh, man. Hallo. 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 Oh, mein Gott. Hallo. Oh, no way. Hallo. 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 die erd eine pizza hier passiert das ist schon das habe ihn oder habe ich ihn ja hast du da geht also nicht ich bin da und ich geh rein jetzt hat mir geklaut ja gut sehr gut hilde props man kann für mich da kommt einer super dass ich gemessert na alles sau der hinter dir nein mein aim wo ist es hin blocks mich ich bin jetzt mit galil übrigens wenn du ein zweimal kills dann wirst du gekickt bekommst ein bahn auch hier die schnecke krieg ich ja wir töten heute wir töten zweimal ja ich weiß der granat rein dieser blöde sau ach du scheiße was jetzt los du kannst du kannst ein bot spielen kannst ein bot spielen geh auf den botten dann eh wo denn du musst erst mal zum drück so lang bis zum bot hast ja wo denn beim zu beim zuschauen vergess es erst tot ich habe die runde gewonnen ohne wörfe aufzuheben ich finde das doch nicht was aber ich will auch mal beste spieler der welt ja mann du schaffst das heute noch besser spieler da runter ist auch sie ich brauche meine mails hey siehst du ja sehr gut dieser romatyp ne kenne die pizzeria roma leute ja er will ich lieber ich komme ich habe da frage da ohne war einer oder die oder die wohnung nach links mit wer doch auf bord oder wer es ist kaum jawohl ja und oh fuck warte ich bin deiner sicht komm schon hilde oh perfekt jetzt jawohl es ist mir lieber wetten faktor und es ist auch viele zwei stück ich komme schnell ein habe ich am hilde nein jawohl ich nehme deine waffe mit oh ich hätte auch wieder dieser roma verpiss dich eieiei schicke schweigen der lämmer a4 oh nein nein ah ah scheiße hilde noch da ne das sind direkt welche achtung höre höre doch einmal auf mich bot fetsackschnecke also ich gebe ihm richtig oh shit sass geht doch fuck ach du mir den gerade geklaut hast ne scheiße ok jetzt ist teamwechsel jetzt sind wir antiterroristen und die terroristen nö ach gelle oh nö die rechnen schon damit oh verdammt da habe ich den ersten kill gemacht sehr gut warte ich komme mit dem bot hinterher fuck nein nicht in die richtung nimm 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 oh hilde jawoll tagesziel wohl erfüllt lala ziel oh da ist jemand sehr gut warte oh oh komm hilde nein so kurz das war knapp oh gott raus ruhig zu oh ich habe noch ist da draußen jemand gerade irgendwas hochgesprungen tatsache da ist jemand warte doch warte helft dir hab ich ihn doch hab ich ihn doch sehr gut oh oh die schnecke meine erste richtige runde ist der ist gut eigentlich ja die ist wirklich sehr gut oh der wird durch lichtgeräte gepfnaut hö hinter dir da ist jemand da hat mich gerade gemessert und nochmal hinter dir boah war das schlecht gell hilde ich will auch mal mit dir fliegen helikopter alter nein hab ich dir doch gesagt du wirst gebadet ja weil du eh mich gelaufen bist ja was geht ab gar nix tschüss alter was für scheiß jo schlierbach was geht ab jetzt nicht willkommen was du scheiß x5 hihihi ach komm geh rein jubel sag mal gestern cs go gewonnen ja aber Prostata, Entzündung Alter, jetzt lass mich doch vorbei, du Fettsack Ich hab doch gesagt, ihr sterbt alle. Wieso hört ihr nicht mehr auf mich? Hina dir, du Fettsack Oh, mir geht's dir, Hilde. Gutl dir, Hilde. Mir geht's auch gut, Hilde Ich hasse es Ist doch jemand, ich spür's doch Ich spür's in meinen fetten Zähnen Ach, nö Och man, kann man nur so fettsack Oh, fuck Hehehehe Oh fuck, Hadexa I love you Schwul Ich weiß, dass ich bei meinem neuen PC so um die 400 haben Der Fettsack, oh, Hilde Vielleicht schaff ich heute das Ace Was schaffst du? Einen Clay? Einen Ace Oh shit Ah, dann helfen wir ihm halt mal Scheißen da rum, das war's Und ruhig, Schlürbach, okay? Ah, ich kann nicht So, klopla Fuck Och, leck mich Schlürbach, jetzt hat die ца AAAAAAAAA Ah, so mein Sau Schreib'm all in die Kommentare Schwerbach Ist die kleine Ausust wir haben gewonnen ja so gold nova 2 und was bekomme ich ich krieg der schalte ich krieg graffitti natürlich hat er es überlebt voice crack ist das fett würde ich mich gerne bedanken für das tolle unterstützen genau und hilde will ich auch noch verabschieden